Das ist der neue RX5808 ProPlus Diversity Empfänger mit Achilles Firmware und OSD Anzeige. Der neue RX5808 ist viel schneller als der alte RX5808. Er hat den schnellen STM32F1 Prozessor. Der alte RX5808 hatte ein MVC Chip mit langsamer Abtastrate. Somit ist der neue RX5808 ProPlus genauso schnell wie der iChin Pro 5.8 Modul und hat schon alles eingebaut wie die OSD Anzeige und USB Anschluss falls später eine neue Firmware aufgespielt werden soll. Der RX5808 hat größeren OSD Display, ist aber dicker als der Pro 5.8. Das Modul wird einfach in die Fatshark Brille eingesteckt und wird mit zwei Antennen betrieben. Achilles Firmware finde ich toll da die sehr gut selbsterklärend zu bedienen ist. Ich habe eine Suchfunktion Ultra Search. Nach der Suche kann ich den Kanal durch lange drücken speichern. Der Kanal wird unter Favoriten abgelegt. Bei Event Mode werden die 8 stärksten Signale gesucht von allen Quadcopter bei zum Beispiel einem Rennen. Dein aktuelles Band kann gescannt werden um zu sehen ob andere Sender zu nah liegen. Kerberos Funktion sucht den besten Signal mit Plus Minus 1 Megahertz um dein aktuelles Kanal rum. Dann gibt es natürlich die manuelle Kanal Suche. Interessant finde ich noch die Suchfunktion nach einem verlorenen Quadcopter. Aber die Signalstärke wird mit dem Piepser signalisiert, in welche Richtung dein Quadcopter verloren gegangen ist. Und so sieht die OSD Anzeige in der Fatshark HD3 Brille aus. Sobald man eine Funktion auswählt wird das OSD angezeigt oder eher in die Achilles Anzeige gewechselt. Schöner wäre eine echte OSD Anzeige mit Informationen im Bild. Man kann aber alle Einstellungen in der Brille vornehmen. Man sieht den automatischen Suchlauf und die Funktion wird automatisch verlassen nach 3 Sekunden wenn nicht mehr an dem Knopf gedrückt wird.